Hey und willkommen zu einem neuen Video hier auf dem Kanal. Schön, dass du auch wieder mit dabei bist. In diesem Video habe ich mal wieder einige Gadgets mitgebracht, die mich einfach die letzten Wochen im Alltag begleitet haben. Es gibt zweimal was auf die Ohren und auch ein Gadget, was jetzt für den Sommer ein Must-Have ist. Ich wünsche euch ganz viel Spaß. Los geht's nach dem Intro. Starten wir auch gleich mit dem ersten Gadget und das kommt von Huawei. Hier handelt es sich um die neuen FreeBuds Pro 2. Vor kurzem war ich ja in Berlin auf dem Huawei-Event und da wurden unter anderem auch diese Kopfhörer vorgestellt. Die habe ich jetzt natürlich die letzte Zeit im Alltag getestet und möchte euch mal sagen, wie die so sind. Es handelt sich hierbei um two Wireless-Kopfhörer. Gibt's in drei verschiedenen Farbvarianten. In meinem Fall habe ich diese schicke blaue Variante. Gibt's aber auch noch in Silber und in Weiß. Blende ich euch an dieser Stelle hier einfach nochmal ein. Wenn wir mal auf die Rückseite der Ladeschale schauen, sehen wir hier schon, dass das Ganze in Zusammenarbeit mit DWLE entstanden ist. DWLE kennt ihr vielleicht schon von diesen Speakern und die haben halt auch bei den Kopfhörern hier mitgewirkt. Vom Design muss ich sagen, gefällt mir diese polierte Optik hier richtig gut. Siehen sehr schön im Ohr aus. Stehen allerdings etwas weit aus dem Ohr heraus, finde ich. Jedenfalls bei mir, vielleicht ist es bei anderen Leuten wieder anders. Zum Tragekomfort kann ich sagen, dass sie auf jeden Fall sehr angenehm sind. Es gibt verschiedene Ohrpaßstücke natürlich. Bei mir passt der Standard-Ohraufsatz aber wirklich perfekt, muss ich sagen. Ich nutze es auch zum Sport, gerade wenn ich jetzt mal Rad fahren möchte und auch mal Joggen gehe. Und ich hatte es jetzt nicht so, dass sie bei mir irgendwie locker wurden oder rausgefallen sind. Klar, ist natürlich von Ohr zu Ohr immer so ein bisschen unterschiedlich. Bei mir haben sie aber einen sehr schönen, festen und angenehmen Tragekomfort. Zudem sind sie auch schön leicht gehalten mit gerade mal 5,9 Gramm, fallen also jetzt auch nicht groß weiter auf. Es gibt auch eine Gestensteuerung, die kann man in der App einstellen, zeige ich euch gleich nochmal. Aber kommen wir erstmal zum Sound und da muss ich sagen, da merkt man auf jeden Fall, dass hier DWLD mit beim Sounddesign mitgeholfen hat. Der Sound ist wirklich richtig, richtig geil. Zum einen ist er schön klar gehalten, aber auch die Mitten, die Höhen und auch der Bass, der kommt hier wirklich gut zum Tragen. Also ich finde das Sound-Gesamtpaket bei diesen Kopfhörern kann sich definitiv hören lassen. Das hat mir echt gut gefallen. Eine Sache noch zur Akkulaufzeit und zwar ist die bei den FuiBuds Pro 2 mit 6,5 Stunden angegeben bei Huawei und das Ganze bei deaktivierter Geräuschunterdrückung. Wenn man die Geräuschunterdrückung jetzt anschaltet, dann kommt man so auf 4,5 Stunden. Hält natürlich auch immer davon ab, wie laut man jetzt Musik hört und mit dem Case kommt man insgesamt auf 30 Stunden. Apropos Geräuschunterdrückung, die funktioniert hier auch ziemlich zuverlässig. Da gibt es auch verschiedene Modi, die wir einstellen können. Auch einen Ultramodus, womit einfach nochmal mehr abgeschirmt wird. Also wenn ihr in lauten Umgebungen seid, aktiviert auf jeden Fall den Ultramodus. Ansonsten könnt ihr auch den ausgeglichenen Modus aktivieren. Aber auch das gucken wir uns gleich in der App nochmal an. Und eine Sache noch zu den unterstützten Kodex. Wir haben hier AAC, LDAC, H2HC. Und jetzt würde ich sagen, hören wir uns nochmal kurz die Mikrofonqualität an. Kopfhörer sind eingesetzt, ihr seht es schon. Und der Sound kommt jetzt nicht von dem Mikrofon hier über mir, sondern natürlich aus dem Mikrofon der Kopfhörer. Und so habt ihr hier auch schon mal einen guten Eindruck, wie nun die Audioqualität ist. Mir gefällt sie auf jeden Fall besser als von den AirPods Pro. Ich bin jetzt hier in der App drin und zeige euch nochmal ein paar Funktionen. Zum einen bei der Geräusche und Drückung. Das können wir hier zum einen in der Mitte auswählen. Und hier gibt es dann auch den Modus, den wir auswählen können. Ich habe es eben schon angesprochen. Es gibt einen Ultramodus für wirklich laute Umgebungen. Ansonsten reicht aber auch der ausgeglichene Modus, wie ich finde, vollkommen aus. Transparenten Modus gibt es natürlich auch, auch mit Sprachmodus. Das hat auch gut funktioniert. Dann hört man halt auch, was um einen herum so los ist, kann sich mit den Leuten unterhalten. Die Gesten habe ich eben auch schon mal angesprochen. Können wir hier natürlich so einstellen, wie wir das haben möchten. Aber ansonsten muss ich sagen, gefällt mir die Huawei Freebuds Pro 2 im Alltag wirklich gut. Weiter geht es mit dem zweiten Produkt von Huawei. Das wurde ebenfalls beim Event vorgestellt und das haben wir dann auch als Testmuster bekommen. Und das ist der Huawei Style Backpack, der neue. Und den gibt es auch in verschiedenen Farbvarianten. Blende ich euch hier nochmal ein. Ich habe mich hier für die schöne, minimalistische, weiße Variante entschieden. Generell ist der Rucksack schön minimalistisch gestaltet und hat auch ordentlich Volumen. Ganze 18,5 Liter passend hier rein. Den kann man dann auch nochmal ausrollen und hat dann somit eigentlich genug Platz, um alles zu verstauen, was man unterwegs mitnehmen möchte. Es gibt sehr, sehr viel Stauraum. Zum einen auf der Vorderseite und dann natürlich auch in der Innenseite gibt es verschiedene Fächer. Wir haben ein Laptopfach bis zu 16 Zoll. Also da kriegt man ordentlich was unter. Und das Coole ist, wir können den auch an der Seite aufmachen, um so einen besseren Zugang zu dem Inhalt des Rucksacks zu bekommen. Vom Material her oder beziehungsweise der Rucksack an sich ist wirklich sehr, sehr hochwertig gehalten. Das merkt man auch, wenn man den hier das erste Mal in die Hand nimmt. Das ist ein schönes, glattes PU-Material. Wir haben hier Lederelemente und auch Metallelemente. Also diese Halterungen hier und die Knöpfe, das ist alles auf jeden Fall sehr, sehr hochwertig. Und ich finde es auch generell sehr angenehm zu tragen. Die Riemen könnten aber vielleicht nochmal etwas gepolsterter sein. Des Weiteren ist er auch wasserfest. Also wenn ihr da mal im Regen unterwegs seid, auch die Reißverschlüsse sind wasserfest. Also da passt auf jeden Fall gut was rein. Ich bin mir jetzt noch nicht genau sicher, ob der schon in Deutschland verfügbar ist. Aber ja, ihr findet den Link auf jeden Fall in der Beschreibung. Weiter geht's mit einem Must-Have-Produkt für den Sommer. Und das ist der Tautronics Turmventilator. Dieser hat eine Höhe von 90 cm. Und passt somit eigentlich auch wunderbar irgendwo in die Ecke vom Raum oder wo ihr ihn halt platzieren möchtet. Die Grundplatte, die hat einen Durchmesser von 30 cm. Somit hat er hier auch einen wirklich sicheren Stand und fällt es nicht irgendwie um. Oder ja, das steht auf jeden Fall gut sicher. Das Design ist auf jeden Fall klassisch gehalten. Besteht komplett aus Kunststoff. Aber ich sag mal so, das ist ein Ventilator und der soll natürlich auch funktionieren. Und wir haben hier einen guten Luftdurchlass. Das Ganze geht in drei verschiedenen Stufen. Also je nachdem wie stark der Luftdurchlass sein soll, könnt ihr es einstellen. Es gibt hier auch einen Brise-Modus. Da variiert dann der Luftdurchlass. Also da ist es ab und zu mal so ein bisschen stärker, manchmal ein bisschen weniger. Als wenn ihr halt irgendwie eine Windbrise auf euch zukommen lasst. Und ich muss sagen, auch von der Lautstärke ist das hier sehr angenehm. Im Schlafmodus ist er nämlich 44 Dezibel laut. Und das geht auf jeden Fall in Ordnung, wenn man irgendwie abends mal, ja, wenn ihr schlafen gehen möchtet, das Ding noch laufen lassen möchtet. Wenn ihr natürlich den vollen Luftdurchlass haben möchtet, wird er entsprechend auch lauter. Des Weiteren kann er sich auch 65 Grad drehen, um halt einfach nochmal eine größere Fläche abzudecken. Ihr könnt es dann natürlich auch deaktivieren, dass er halt immer in eine Richtung pusten soll. Es gibt auch einen eingebauten Timer. Da könnt ihr dann bis zu 12 Stunden den Ventilator halt einstellen, dass er sich danach dann automatisch ausschaltet. Sehr praktisch finde ich auch die Fernbedienung. So müsst ihr nicht am Ventilator an sich das alles einstellen. Geht natürlich auch, aber über die Fernbedienung ist es einfach nochmal so ein bisschen einfacher. Am Ventilator an sich habt ihr hier auch eine LED-Anzeige. Da seht ihr dann die aktuelle Temperatur, den Luftdurchlass, also welchen Modus ihr jetzt eingestellt habt. Ob ein Timer aktiviert ist, ob sich der Ventilator dreht oder nicht. Das wird halt alles entsprechend angezeigt, aber am wichtigsten finde ich hier einfach die aktuelle Temperatur. Für mich ist es aktuell bei den heißen Tagen definitiv ein Must-Have. Also der läuft einfach fast den ganzen Tag bei mir gerade, denn es ist einfach draußen super heiß. Und so ist es deutlich, deutlich angenehmer. Also falls ihr noch auf der Suche nach einem Ventilator seid, schaut auf jeden Fall mal über Toral TwinX. Link ist wie immer zu allen Produkten hier in der Beschreibung. Weiter geht es dann mit einem zweiten Kopfhörer, welcher mich ebenfalls die letzten Wochen im Alltag begleitet hat. Und das ist der OneMore Evo. Der hat auch eine wirklich schöne Case. Die besteht nämlich aus Aluminium. Und generell machen die Kopfhörer hier auch einen schön hochwertigen Eindruck. Die sind matt-weiß gehalten. Es gibt sie auch in einer schwarzen Optik. Und wiegen gerade mal 6 Gramm, sind also wirklich auch schön leicht gehalten. Und sie haben darüber hinaus eine glänzende Keramik-Außenseite, die auch für Touch-Funktionen nutzbar ist. Bei mir sitzen sie auch ebenfalls sehr angenehm im Ohr. Und ich finde auch das Design der Kopfhörer sieht hier sehr schön aus. Sie stehen jetzt nicht so weit aus dem Ohr heraus, sondern ja, das passt auf jeden Fall. Es gibt hier auch natürlich verschiedene Ohraufsätze. Passt auf jeden Fall alle mal so ein bisschen durch, damit es halt auch bei euch gut im Ohr passt. Und bei mir sitzen sie auch schön fest im Ohr und fallen es auch nicht heraus. Darüber hinaus sind sie auch IPX4 gegen Wasser und Schweiß geschützt. Was natürlich auch gerade beim Sport sehr wichtig ist. Außerdem haben wir hier SBC, ARC und auch den hochauflösenden Audio-Codec LDAC. Die Kopfhörer haben jeweils einen dynamischen 10mm-Treiber. Die Wiedergabezeit des Herstellers, die beläuft sich auf 5,5 Stunden beaktiviertem Noise-Canceling bei 50% Lautstärke. Und ohne Noise-Canceling kommt ihr auf bis zu 8 Stunden. Auch schnelles Laden wird hier unterstützt. 15 Minuten aufladen reicht hier wieder bis zu 4 Stunden Musikhören aus. Noise-Canceling gibt es ebenfalls. Ich habe es eben schon mal angesprochen. Der Pegel wird dann auf minus 42 Dezibel abgesenkt. Und somit werden dann hier auch alle Umgebungsgeräusche schön ausgeblendet. Allerdings, was mir aufgefallen ist, der Ton oder beziehungsweise der Klang leidet, wenn ihr das Noise-Canceling aktiviert. Ohne Noise-Canceling klingt es einfach nochmal ein bisschen klarer. Es klingt einfach voluminös ein bisschen besser, finde ich. Wenn ihr das Noise-Canceling aktiviert, merkt man da auf jeden Fall einen kleinen Unterschied. Nichtsdestotrotz hat mir das Sound hier im Großen und Ganzen wirklich gut gefallen. Könnte aber einfach noch so ein bisschen klarer sein, finde ich. Aber ansonsten muss ich sagen, klangtechnisch sind die auf jeden Fall auch schon auf einem echt guten Level. Es gibt natürlich auch einen transparenten Modus, damit ihr auch hört, was um euch herum los ist. Jetzt hören wir uns aber hier nochmal die Mikrofonqualität an. So, Kopfhörer sind wieder eingesetzt und alles, was ihr jetzt hört, hört ihr über das Mikrofon von den Kopfhörern. Und so habt ihr hier auch schon mal einen direkten Eindruck, wie nun die Audioqualität ist von dem OneMore EVO. So sieht die App aus, ist eigentlich selbsterklärend aufgebaut und hier können wir natürlich auch direkt den Modus auswählen. Ob Aus, Transparenz, also dass man hört, was um euch herum los ist, oder auch den ANC-Modus. Und auch hier gibt es verschiedene Auswahlmöglichkeiten, wie der ANC-Modus sein soll. Ob stark, schwach oder adaptiv. Was auch noch ganz interessant ist, und zwar gibt es hier die professionelle Abstimmung. Ich habe jetzt hier den voreingestellten Equalizer ausgewählt. Man kann das Ganze natürlich auch personalisieren, so wie ihr das haben möchtet. Oder es gibt auch Sound-ID, was aber irgendwie bei mir nicht weitergeht als dieses Feld. Vielleicht wird das noch gefixt, keine Ahnung, aber da kann man auch mal den Sound deutlich mehr personalisieren. Ich weiß nicht, vielleicht ist es aktuell auch ein Bug. Ist auf jeden Fall ganz praktisch, aber ich konnte es jetzt noch nicht austesten. Ansonsten haben mir die OneMore EVO im Alltag auf jeden Fall auch gut gefallen. Sind auf jeden Fall deutlich günstiger als jetzt die Huawei Freeboards Pro 2. Aber man muss natürlich auch ein paar Abstriche machen. Ansonsten war es das auch schon wieder von diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wie immer sehen wir uns dann im nächsten Video wieder. Bis dann, macht's gut. Ciao, ciao. Ich hoffe, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Ich hoffe, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!